Hell nah, Digga, das wird wieder so n Ding. So, komm und fly, komm und fly, komm und fly away with me. We're rising, we're falling, we're making blue. We're pouring a thousand views. We're running, we're falling, we're making blue. We're running, we're falling, we're making blue. Verdammte Hacke, bitte stirb. Oh mein Gott, ich hab's. Alter, war das ein Krampf. 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 Alter hat ja. Alter hat ja. Alter hat ja. Es kann halt auch irgendwann einfach nicht mehr sein, Mann. Digga, hier werden Trophäen verschenkt einfach. Also, Digga, es ist wie beim Theater, Digga. Jeder hat seinen großen Auftritt. Hier und Edgar und da noch mal einer von der Seite. Dieses, ich, als ich im Brawl Stars Trailer gesehen habe, Edgar wird einen Hypercharge bekommen, habe ich kurz darüber nachgedacht, Brawl Stars auch auf YouTube für einen Monat einfach sein zu lassen. Es ist jetzt schon wieder so dämlich, das ist unfassbar. I'm a cockman, nine. Breh, breh. Ja, hätte auch noch ein erster werden können, aber die Bibi hat sich an der Stelle dazu entschieden, mir mit Auto-Aim ihre Ult reinzudrücken. Danke, Bro. auch schon! Wenn es euch Video mal gemacht hat, was ich hier für die Woche? und ich bin Karte. Ich bin Karte, in den Rücken. Ich bin Karte, in den Rücken. Ich bin Karte, bis jetzt auf Ich bin Informatik, in der Rücken. Ich bin Karte, warte, ein mal in die Woche? Ich bin Karte. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das denn? Also wenn das normales Teaming war, dann fresschen Besen. Was ist das denn? Ohohohohoho Was ist das denn? 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 Nehmt den Brawler aus dem Spiel, ich mein's ernst. Nehmt ihn einfach raus, Digga. Es ist so nervig. Es ist so nervig. Vor allem mit Delay. Oh mein Gott, Junge. Ach, da wird noch ein kleiner Gewinn getauscht. Also siehst du mir auch aus, Digga. Weißt du was? Leck mich echt mal am... Oh, Gold 3. Darüber kann ich mich nach dem Loose tatsächlich nicht freuen. Was ist das denn mit dem los? Ja, jetzt stirbt er. Ach Mensch, hat sich das richtig gelohnt, den Sinten reinzudrücken. Was war das? Weil der in der Luft war. Ich dachte ich hab alle. Och, Mann ey. Junge, was ist das denn? Ey, warte mal. Die Siege-Serie. Was ist denn wieder? Bud. Das war unsere Einzelnen? Naau halten... Das war meine SAT. Die Siege-Serie ist. Das war meine SAT. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.